Was interessiert die Kinder vor allem, weil es die betrifft, weil es deren Altersgruppe ist. Kinderrecht ist ein sehr, sehr großes Thema. Vor allem egal in welchem Land, egal ob du jetzt in Europa lebst oder in Indien oder sonst wo, jedes Kind hat Rechte und darauf soll man achten. Wir reden auch viel über das Plastik im Ozean, also nicht nur über Kinderrechte, allgemein Nachhaltigkeit. Das ist so ein großer Themenbereich, weil man erst recht recherchiert, egal ob jetzt im Internet, auf YouTube oder Facebook. Oder auch Bücher. Es gibt so viele Bücher auch von dem World Future Council. Die haben so viele Bücher, wo du reingucken kannst und dann hast du auch vielleicht die Mut, etwas zu ändern. Weil wir sind sozusagen die Zukunft und wenn wir eines Tages sterben, wollen wir ja nicht, dass die Leute nach uns keinen ordentlichen Planeten da haben. Deshalb versuchen wir jetzt, etwas zu ändern und jeder sollte etwas machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.